Hänsel und Gretel Häuschen von Pfefferkuchen fein Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Uh, da schaut eine alte Hexe raus Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus Sie stellte sich gar freundlich Oh, Hänsel, welche Not Ihm wollt sie braten Im Ofen braun wie Brot Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein Wart sie gestoßen von Hans und Gretel ein Die Hexe musste braten Die Kinder gehen nach Haus Nun ist das Märchen Von Hans und Gretel aus Von Hans und Gretel aus Von Hans und Gretel aus Von Hans und Gretel aus